Das machen wir. Unsere Reise eingetauscht. Ein Springbrunnen mit Eis dran. Dankeschön. Ja, wir kommen gerade von den Mount McKenzie Waterfalls in der Nähe von Quebec. Das war ein atemberaubendes Naturschauspiel. Und jetzt stehen wir vor dieser beeindruckenden Basilika. Wunderschön. Wir haben die Häuser ja auch unterschiedlich erbaut. Wir sind erst in die Stadt gekommen und da oben ganz oben im Fenster. Wir hatten heute einen richtig schönen Tag in Quebec, um Quebec. Wir haben uns die Gegend angeschaut, waren am Wasserfall. Wir haben in der Kleinstadt die schöne Kathedrale angeschaut oder Pastillika. Wunderschön. Hätte man dort nie erwartet, nie erwartet. Und der Tag hat geendet in der Altstadt von Quebec. Unglaublich romantische Stadt. Wir haben den Tag sehr, sehr, sehr genossen. Ja, war super. Ich hab jetzt hier mit Nachhaltigkeit gesprochen. In der胃umbledore show. Untertitelung wird auch etwas Gmbh. Hättig issues heißt den Tag bei der Gmbh. Im sûr Sie böse. Vielen Dank.